Was ist Bauchschutz? Bauchschutz ist ein Abwehrmechanismus des Körpers, bei dem die Muskeln im Bauchbereich angespannt werden. Diese Aktion der Anspannung ist ein Mittel zum Schutz der inneren Organe vor jeder wahrgenommenen Gefahr einer Schädigung. Der Prozess der Bewachung kann als Teil des Kampfes oder der Flugvorbereitung des Körpers auftreten, wenn die Gefahr als unmittelbar beforstet und angesehen wird sowie wenn die inneren Organe auf irgendeine Weise entzündet sind und vor äußerem Druck geschützt werden müssen. Die Bauchschutzwandmuskeln sind so konzipiert, dass sie schnell reagieren, wenn eine Gefahr für den Mittelteil des Körpers besteht. Zum Beispiel würde diese Reflexaktion automatisch ausgelöst, wenn die Person glaubte, dass sie einen Schlag auf den Mittelteil erhalten würde. Die Idee hinter dieser Art von Bauchwächteraktion ist, dass die Muskeln den Schlag absorten, und die verletzlichen Organe in der Bauchhülle relativ unberührt lassen. Während der Abdominalschutz häufig als Mittel zum Schutz der inneren Organe vor einer Verletzung in irgendeiner Weise erfolgt, dient dieser Mechanismus auch zum Schutz derselben Organe, falls in diesen Organen irgendeine Art von Infektion oder Krankheit vorliegt. Zum Beispiel würden sich die Bauchmuskeln im Falle einer Entzündung und Schwellung des Blinddarms verspannen, um zu verhindern, dass eine Bewegung oder Kraft von außen den Bruch dieses Organs beschleunigt. Gleichzeitig hilft die Schutzeinrichtung auch dabei, das Risiko einer stärkeren Schmerzentwicklung aufgrund von äußerem Druck zu minimieren. Ärzte sind sich des Phänomens des Bauchschutzes bewusst. Bei der Untersuchung eines Patienten, der im Mittelteil Schmerzen hat, ist ihm die angespannte und manchmal krampfhafte Aktivität der Bauchmuskulatur bewusst. Abhängig vom Schweregrad der Verspannung kann es erforderlich sein, Medikamente zu verabreichen, um die Muskeln zu entspannen, bevor der Patient weiter untersucht werden kann. Einige Patienten stellen jedoch fest, dass die Tatsache, dass sie von einer Pflegekraft untersucht werden, dem Geist hilft, sich zu entspannen, und wiederum einen beruhigenden Einfluss auf die Aktivität der Bauchmuskeln hat. Es ist wichtig zu beachten, dass alle Menschen einen Bauchschutz erfahren. Während es bei Personen mit gut entwickelten Bauchmuskeln offensichtlicher sein kann, findet die Aktion selbst bei Personen statt, die zusätzliches Gewicht in der Mitte tragen. Geschulte Ärzte können den Schutz vor Bauchschmerzen bei jedem Körpertyp leicht identifizieren, den Grad der Anspannung beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Muskeln während des Fortschritts der Untersuchung zu entspannen.